Da ich hier in Laupheim wohne, spricht sich der gute Ruf von der Firma Käsbohrer ja sehr schnell rum. Da die Firma gleich hier in der Nähe bei mir war, war das natürlich die ideale Firma für mich. Also da gab es keine Frage, ob ich irgendwo anders jetzt hingehe. Käsbohrer produziert die Fahrzeuge. Das Lieblingsprodukt ist natürlich Pischmuli, weil man hauptsächlich wegen dem hierher kam. Also ich zumindest. Dadurch, dass die Firma Käsbohrer Fahrzeuge in den Bereichen Strandreinigung und Pistenpräparierung herstellt und wir dadurch eben auch den Urlaub der Leute bereichern, macht es die Arbeit bei uns sehr, sehr besonders. Man kriegt Aufgaben zugeteilt, die normal der Geselle macht. Hydraulikschläuche montieren, Pumpen montieren. Man lernt einfach alles über das Fahrzeug Pischmuli, Beachcheck und Powerbully kennen. Das motiviert dann auch nochmal, sich weiterzuentwickeln. Das Ausbildungscenter ist auch sehr cool. Da haben wir unseren eigenen Space hier als Azubis und können uns in der Mittagspause austauschen und auch hier direkt das Gelernte aus der Schule auch an Fahrzeugen umsetzen. Also es war auf jeden Fall für meine persönliche Entwicklung hier auch sehr wichtig, die Ausbildung zu machen. Und deswegen bereue ich es auf keinen Fall und will es jede Zeit wieder machen. Hypnose, oder? Ja. 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 Vielen Dank.